So, herzlich willkommen hier bei Mitsurugi Kamuhikai. So, wenn man richtig ausgesprochen ist, dann bin ich 6 to life angezockt. Easy, so. Einstellungen habe ich schon gemacht. Ja, naja. Ist schon ein bisschen älter. Keine Ahnung, 2018, 19, 2020. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal hatte als Demo. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall jetzt mal gekauft vom Angebot. Weiß ich nicht. 2 Euro oder was? Sonst kostet das 15 oder 20 Euro. Na ja, auf jeden Fall spritzt er gut Blut. Splatterfonteinen. Und ja, warum nicht? So, bin ich mal gespannt. Spiel ich auch mal eine Runde? Boah, da konnten wir fast echt unter dem Rock gucken. Na okay. Ja gut, ein bisschen lustig muss der sein. Gut, auf jeden Fall spielten wir hier so, ja, keine Ahnung, so Schulmage, ja, keine Ahnung. Grafik, ja, Videografik sieht ja noch ganz gut aus. Aber man merkt auch schon, dass er ein bisschen älter ist. So, ich habe jetzt mal Tatorial Nid gemacht. Na, fängt schon gut an. Na. Ja, guck mal. Ja, genau. Siya, ist klar. So Leute sind die Gegner. Ja, mir kommt das jedenfalls bekannt vor. Ich weiß nicht echt, ob ich das schon mal als Demo irgendwas hatte. Na ja, guck mal. Tja, sieht man die Arschbacken. Das ist, äh, ich Gott. Das sieht man ja alles. Ja, cool, da kann man wirklich noch hier mit der Kamera noch nah dran zoomen. Na ja, ist so gut gebaut. Aber, also, dank der viele Leute. Also, was war so. Schlitz mal ein paar auf. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da, was. Mal kann man Kopfabschlagen. Und hier Spezialattacken noch. Ähm, was kann man sonst machen? Äh, Hamsterrolle. Also, hauptsache, rumgepost. Na ja, und je nachdem, wie man schlägt, kann man die Kombos halt anders machen. Ja, ich spiele mal ein paar Minuten. Oben ist die Energie. Da haben wir noch was. Äh, Spezialgriff oder irgendwas. Äh, erste Trophäe. Fuffshit-Kombo. Gut, alles klar. So, fängst du an. Tittenwackeln. Ah ja. Gefällt mir auch. So. Da. Kann ich mal ein Muschi lecken, Junge. So. Forze, Junge. So. Ah ja, ist auf jeden Fall einfacher als Ninja-Guiden. So. Guck, mir muss man nicht wissen, äh, ist ja eh viel zu schwer. So, deswegen. So, was immer in Luft ist. Ja, kann man auch schlagen. Hm. Fängt aber irgendwie nicht hier. Eigentlich müsste man noch plocken können, irgendwie. Ja, ja, ja. Da, was. Blut-Fontäne. Ja, oder habe ich mir dann eingebildet, kann man keinen Körper abschlagen. Na gut. In den Screenshots sah halt so komisch aus. Man hat nur die Fontäne gesehen, wie jetzt eben gerade. Mehr hat man nicht gerafft. So, ja. Gut, man kann ja hier noch, ähm, Zeit setzen machen. Gut, 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 gut. Hans, da heute. Bitte. Na ja. Ja, wie viele kommen noch? Boah. Tja, als ob der hat doch schon gar kein Blut mehr im Körper. Na gut, egal. Allweiler draufgeschleu. So, da kann man seine Hits noch weiter ausführen, je nachdem. Wenn man schnell genug ist, hört, da war noch gut. So, ja, wieder Trophäe, 100 Hit-Kombo, alles klar. So, alle sind jetzt mal erledigt. Also, so tut man blocken. Boah. Ja, bestimmt sogar. Cool. Schwierende Trophäe. Ja, geht da eigentlich ratz-ratz. Hat schon sieben Stück. Keine Ahnung, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Neuner. Ja, gut. Aber will mir. Neuner. Schnell Trophäen. Und ist erstmal hier der erste, ähm, keine Ahnung, erste, ähm, was ist das überhaupt? Ja, einfach eine Arena, ähm, eher gut. Keine Ahnung. Komisch, komisch, weiß nicht. Bleib doch mal stehen, Ramster. So, kann man hier überhaupt machen. Upgrade, so, ja. So, jetzt kann man hier noch, ähm, da SP. Kann man hier, ähm, ähm, na, hier sieht man die Kombus. Die kann man kaufen. Bin Huni. Na ja, kauf ich da mal einen. So, muss man ja eh machen. Ja, warum nicht so, ähm, Watt Level 1. Okay, dann geht das noch weiter. Ja, kann man Altmeer auch kaufen. Ja, Kostüme hatten wir auch. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja. Ja, speichern kann man. Gut. Optionen, Controller, ähm, ja, Steuerung sieht man nicht. Speichern kann man. Ja, warum nicht? So. Ja, wahrscheinlich jetzt scheiße gespeichert, weil der Gegner mich direkt angreift, aber egal. Ah, Wave 3. Okay. Dann ist das hier so mit, ähm, Waves, also mit Wellen. Eigentlich gedacht, man könnte durch Levels durchlaufen, aber egal. Gut, Metzeln geht hier hoch. So, muss ich mal ein bisschen schneller irgendwie alles machen. Ist auch da alles lang. Tja, Anna Kostüme. Irgendwann rennt die eh nur dann unter Wäsche rum. Hoffentlich. So, was kann ich denn sonst machen? Ja, hier verstehe ich nicht, was das sein soll. Tja. Hochschlilzen, hochschlilzen. Na, jetzt doch mal, doch mal besser zu Julien mal geguckt, aber, wohl egal. Da kommt ein andermal dran. So, da kann man den Schlag aufmachen. Na, cool. Jetzt hätten wir auch irgendwie cool. Na gut, irgendwann wird es aber auch eintönig. Wenn es nur, ähm, Stages gibt, wo nur Wellen sind. Ähm. Ähm. Wäre ein bisschen langweilig irgendwann mal. Na gut, was will man machen? Außer wo Schlitzen. Ah, keine Ahnung. Und erst mal gemacht. Keine Ahnung, was das bringen sollte. Ja, sag mal die Leute, wo Schlitzen kam, was soll's. Oh, Alec hat sie mich getroffen, Alec. Ja, danach sind die jetzt halt weg, wenn er getroffen wird. Jetzt ist ja klar. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung, was das war. Koste, was koste das? Das koste fast gar nichts. Das war ja. Tja. Okay. Na, verstehe ich nicht so ganz. Na ja. Toll, bin ich auch Schlitzen. Oh, hinterrücks wollten mich treffen, oder? Der krieg's auch. Oh, Schlitzen. Na. Ups. Boah. Keine Ahnung, da steht doch kein Ziel. Was ist das hier überhaupt richtig, was wir hier machen? Keine Ahnung. Wie weit das gehen soll überhaupt? Oh, was? Welte 5? Oh, jetzt kommen wir mal hier. Was ist denn hier? Ein Transformer. Ein Transformer. Ein kleiner Spinner, ey. Missgeburt der Natur von Mutter Natur. Schlich noch Schlitzen, ne? Will ich nicht. Schlagt da der Kopf ab? Na, geht ja nicht. Oder geht noch nicht. Kann sein, dass man später erst Fähigkeiten kriegt. Was ist das? Was ist das? Arschloch. Schlich noch. Bäh. Ja, der ist gefährlich. Der Roboter. Transformer. Ja. Oh, was drüber ist. Ja. Irgendwann tun einem gut die Finger weh. Okay. Oh, keine Ahnung, was das war. Ah, gut. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon genug Punkte gesammelt. Ja, gut. Kann man auch hier. Kann man direkt verbessern. Ja, warum nicht? So. Maximum Energie. Ah, hier Energie. Dass die erste Energie zurückkriegt. Oh ja. Das hört sich doch gut an. Katana Gauge. Ja, Kostüme will ich. Watt? 100. Watt? Wie viel? 100.000. Äh, Sailor. Sailor Moon Unifierer. Okay. 100.000. Ja gut. Das dauert noch bis man sich das leisten kann. Ähm. Tja. Ja. Keine Ahnung. Besten kauft man irgendwas. Muss ja eh alles kaufen. Watt zum Goku. Watt zum. Watt zum. Watt zum. Wolltat. So. Level 1. Gut. Gute. Speichern. So. Ah, der Roboter ist gerutscht. Ah, die kommt noch ja. Ne? Ja. Bis die Finger bluten. Ja. Wirklich. Zuerst macht mir die stärksten. Malweise fragt. Oder die schwächesten. Als erstes. Wenn mehrere sind. Naja. Was für Widerspruch. Ja. Aber eins von beiden macht man meistens immer. Da. Erst mal die Nervensägen weg. Oder der, wo Energie abzieht. Ja. Wenn sie rot leuchten, dann kann man den Trick machen. So. Schaut, was sollten wir auch die ganze Zeit machen. Oh. 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 So. Kommt mal was anderes. Essen war. Hattest du schon gedacht? Äh. Oh. Hier kommen nur Wellen die ganze Zeit. Wellen des Nervens. Leck. Grain. Attacke. Ah. Ja. Jetzt bringt der Schlag in die Luft. Mal was. Das ist nur ein Schlitzhof. Schlag da der Kopf ab. Leck das. Das Mittel. Das Death. Ja. Wiesch. 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 Ich glaube nicht, dass man da großartig schlärfen würde. Naja. Gut. Ahja. Ahja. Gut. Hinten. Ahja. Neue Trophäe. Okay. Gut. Tja. Was hab ich jetzt? 1300? Ahja. Da lohnt sich schon noch ein paar Sachen besser zu machen. Was weiß ich nicht, drücken wir einfach irgendwas. Ach, macht man alles mal auf Level 1, was soll's. Man muss die hier irgendwann holen, also kein Punkt mehr. Also, mal gespannt. So, Stage 2, ah ja, alles klar. Ja, ich wollte mir die Nummer grad nochmal angucken. Ja, okay, was heißt Stage 2? Also, das ist nur so ein Wellenspiel und dann redet man da die ganze Zeit rum und messet halt alles. Und, ja, hört nie auf, quasi immer, immer 4, 5, 6 Wellen oder 10, irgendwann Millionen. Dann kommt Denkiner irgendwann und dann geht er halt stetig halt so weiter. Ja, okay. Warum nicht? Komm so lassen. Ab und zu kann man da seinen Frust rauslassen, kann man ein paar Leute zerstückeln. So, die Töne mache ich dann auch noch irgendwann. Und, ja, hier haben jetzt grad, ja, viele Leute haben das nicht gemacht, aber dafür sieht noch ganz gut aus. Macht euch jedenfalls Spaß, sag mal so, Daumen hoch. Habt euch schon viel gefallen mit den Kaminiern, das wart ihr mit. Und dann, ja, ich hab noch ein paar andere Spiele dann. Und dann sag ich euch mal, einfach mal einen schönen Abend. Und dann wart ihr, ja, dann bis zum nächsten Mal wieder Tschüssi. Bis dann. Bis dann. Bis dann.